Name your game! Dies ist der Ort, Schwestern. Hier ruhen wir uns aus, großer König. Warum hier? Wir müssen Kel'Thuzad finden, bevor wir... Man hat euch hintergangen. Eilt sofort an meiner Seite. Gehauscht! Was geht hier vor? Sylvanas! Ihr seid mir in die Feier gegangen, Arthas. Es ist an der Zeit, unsere Rechnung zu begleichen. Verräterin! Was habt ihr mit mir gemacht? Das ist ein spezieller Giftpfeil nur für euch. Die Lähmung, die ihr gerade verspürt, ist nur ein Bruchteil der Qualen, die ihr mir zugefügt habt. Dann macht mir ein Ende. Ein schneller Tod, wie ihr ihn mir gewährt habt? Nein, ihr werdet genauso leiden wie ich. Und dank meines Pfeils könnt ihr nicht fliehen. Soll sich das Jenseits mit euch rumschlagen, Dreckskerl. Zurück, ihr hirnlose Kreaturen! Heute werdet ihr nicht sterben, mein König. Es ist doch nicht vorbei, Arthas. Ich werde euch auf Elig jagen. Die Wirkung des Pfeils lässt mit der Zeit nach. Alle Vorkehrungen für eure Reise nach Nordend wurden getroffen. Ihr seid ein treuer Freund, Kel'Thuzad. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt oder ob ich je zurückkehre. Aber ihr sollt über dieses Land wachen. Sorgt dafür, dass mein Erbe fortbesteht. Das werde ich, König Arthas. Das werde ich. Ihr wirkt bedrückt, Herrin. Geht es euch nicht so, Schwester? Vor wenigen Tagen waren wir noch Sklaven des Lichtkönigs. Töteten in seinem Namen. Und jetzt sind wir frei. Das verstehe ich nicht, Herrin. Solltet ihr nicht überglücklich sein? Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Wir sind immer noch Untotsschwester. Immer noch Monster. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Seid gegrüßt, Lady Sylvanas. Meine Brüder und ich wissen eure Unterstützung beim Sturz von König Arthas zu schätzen. Deshalb überbringe ich euch die Einladung, euch unserem neuen Orden anzuschließen. Varimathas. Mir ging es nur darum, Arthas Tod zu sehen. Ich habe keine Zeit für eure albernen Machtspielchen. Vorsicht! Es wäre unklug, unseren Zorn auf euch zu ziehen. Wir sind die Zukunft dieser Pestländer. Ihr könnt mit uns herrschen oder auf der Strecke bleiben. Ich bin lange genug Sklavin gewesen, Schreckenslord. Ich opfere meine Freiheit doch nicht für einen Pakt mit euch Kleingeister. So sei es. Ihr werdet schon bald von uns hören. Ich bin hier. Was muss ich tun? Gib den Befehl. Ich bin hier. Ich bin hier. Zeig mir ein Ziel. Es ist an der Zeit, Rechnungen zu begleichen. Gebt mir ein Ziel. Macht euch bereit. Varimathas wird bald angreifen. Nur mit unseren Banshees und einigen Ghoulen dürfte es schwer werden, ihn zurückzuschlagen. Ich bin ganz so. Forschung abgeschlossen. Was? Was ist des Schattens? Ich bin ganz so. Natürlich nicht. Ich fühle dich. Fertig. Mir ist schon sterbenslangweilig. Ich bin hier. Was wir machen, es geht. Gib den Befehl. Unabhängig. Wir werden angegriffen. Ich wünsche nur zu dienen. Ich bin hier. Nachdem meine Schreie in die Geschichtung erscheint, zeig mir ein Ziel. Was ist des Schattens? Ich halte mir und stehen bereit. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Euer Befehl, Meister. Ich wünsche nur zu dienen. Mein Schicksal ist am Ausbau abgeschlossen. Hallo. Wenn es sein muss, würden meine Schreie die Lebenden zu Tore erschrecken. Warum wurde ich gerufen? Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. das Begehren. Mein Leben für Nersul. Ich gehorche mit Freude. Es ist mir goldbefahrend. Ich bin ganz hoch. Die Toten sollen die... Ihr habt mich zurückgebracht. Die Verdammten stehen bereit. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Töte! Mir ist schon sterbenslangweil. Unsere Streichkräfte werden angegriffen. Ich wünsche nur zu dienen. Ich wünsche nur zu dienen. Was wir machen? Töte! Ich beuge mich eurem Willen. Ausbau an meinem Leben für Nersul. Was wir machen? Ihr habt mich gerufen? Was wir machen? Warum wurde ich gerufen? Ich bin ganz hoch. Wir verflüßen und zerreißen. Ich bin ganz hoch. Ich bin ganz hoch. Ausbau an meinem Leben für Nersul. Was wir machen? Ich bin ganz hoch. Ich bin ganz hoch. Was wir machen? Wir werden uns gerufen. Fertig gewartet. Es geht nicht. Wir haben mich zurückgebracht. Nur... Es ist soweit. Wo soll mein Blut vergossen werden? Mein Leben für Nersul. Möhr. Euer Befehl, Meister. Forschung abgeschlossen. Zerfleisch und zerreißen. Es muss alle die Lebenden zu tun werden erschrecken. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ja, Meister. Es ist mehr Gold erforderlich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich beuge mich eurem Willen. Mein Schicksal ist billig. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Zeig mir ein Ziel. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Mein Leben für Nersul. Zeig mir ein Ziel. Ich wünsche nur zu dienen. Gebt den Befehl. Gebt den Befehl. Mein Leben für Nersul. Ich bin hier. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Was wir machen. Ich bin ganz sicher. Zeig mir ein Ziel. Waldtrolle. Die hasse ich noch mehr als die verfluchten Schreckenslots. Mitselt sie alle nieder. Ihr werdet uns nie alle bekommen, Hexe. Häuptling Zulrock wird euch jagen und uns rächen. Das soll er ruhig versuchen. Ich bin ganz sicher. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich beuge mich eurem Willen. Ich bin ganz sicher. Euer Befehl, Meister. Ich bin ganz sicher. Gebt den Befehl. Ich bin ganz sicher. Die Verdammten stehen bereit. Gebt den Befehl. Ich bin hier. Ich bin ganz sicher. Mein Leben für Nersul. Ausbau abgeschlossen. Ich wünsche nur zu dienen. Die Verdammten stehen bereit. Wenn es euch gefällt. Ausbau abgeschlossen. Hallo. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Dieses Pack war kaum der Mühe wert. Vielleicht, Herrin. Aber da draußen gibt es noch mehr davon. Ziehen wir sie auf unsere Seite? Wären sie eine große Hilfe gegen Varimatras Truppen? Sie ist einfallsreich, Schwester. Die Kontrolle dieser Idioten könnte das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Wir beginnen mit ihrem Anführer. Danach wird es eine Kleinigkeit, seinen Krieger zu unterwerfen. Gebt den Befehl. Es ist soweit. Die zerreudigen Gnolle könnten unsere Truppen verstärken. Fahrrad Messungen nehmen. Ja? Dann gehen wir auf die Pflanzung. Kannst du dir ein bisschen ein bisschen ein bisschen nachgeladen? Ich glaube, die Läge geht. Sie sind wohnen. Aber dann sind sie wieder zu ihren Anführer und sieke die Fahrt. Niemand betritt unser Land. Könnte bitte jemand Besitz von ihm ergreifen und das abkürzen? Wir fertig gewartet. Warum wurde ich geworfen? Zappen wir mal. Forschung abgeschlossen. Zeig mir ein Ziel. Wo soll mein Blut vergossen werden? Gib den Befehl. Zeig mir ein Ziel. Es ist an der Zeitrechnung zu vergleichen. Was ist des Schattens Begehr? Zeig mir ein Ziel. Mir ist schon sterbenslangweilig. Sterbenslangweilig. Nimm meine Schreie, die Lebenden zu Tode erschrecken. Was muss ich tun? Möge ich sicher zielen. Der Feind ist zurückgekehrt. Die Befeindigung gestürmt. Möge meine Schreie gerade nicht der Tode erschrecken. Ich beuge mich eurem Willen. Hallo. Ich muss gehorchen. Wenn das euer Wunsch ist. Mein Leben für Ner'zul. Möge meine Schreie die Lebenden zu Tode erschrecken. Was muss ich tun? Gebt den Befehl. Gebt den Befehl. Diese Schleimbeutel könnten uns vortrefflich dienen. Was muss ich tun, wenn meine Schreie die grünen Limm zu tun, der Herrscherin? Verstärkt den Angriff! Ich beuge mich eurem Willen. Mögen meine Schreie die Lebenden zu Tode erschrecken. Ihr habt mich zurückgebracht, wenn das euer Wunsch ist. Was? Ja. Hm? Nun mach schon. Ja. Hallo. Warum wurde ich gerufen? Mögen meine Schreie die Lebenden zu Tode erschrecken. Mögen meine Schreie die Reaktion hat. Mögen meine Schreie die Beine? Mögen meine Schreie die Lebenden zu Tode erschrecken? Ihr habt mich zurückgebracht? Wo soll mein Blut vergossen werden? Hallo! Ich muss gehorchen. Ihr habt mich gerufen? Mögen meine Schreie die Lebenden zu Tode erschrecken? Was muss ich tun? Forschung abgeschlossen. Ihr habt mich gerufen? Wo habt ihr euch gerufen? Geht den Befehl. Ihr habt mich zurückgebracht? Ich krieg's, Herr Mukhtal. Ich zerquetschen, Tode Schwächlinge. Das könnt ihr vergessen. Wie fühlt ihr euch jetzt, Mukhtal? Ich jetzt hübsches Geist dienen. Mukhtals Krieger auch dienen. Das höre ich gern. Brechen wir auf. Die líne sind international. Mach's nicht! Auch ich mach' zkelt ihr Klima. Ähm. Hmm. Zeig mir ein Ziel. Was glotzen so? Ich gehe. Was glotzen so? Ist gut. Warum wurde ich gehofft? Ich bin ganz super. Ich bin hier. Gib den Befehl. Ich bin ganz super. Gib den Befehl. Die Toten sollen dienen. Was glotzen so? Die rastlosen Toten werden angegriffen. Was ist des Schattens Begehr? Ihr habt nicht gerufen? Die rastlosen Toten warten. Zeig mir ein Ziel. Euer Befehl, Meister. Die rastlosen Toten warten. Zeig mir ein Ziel. Ich bin ganz super. unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich bin ganz super. Die Toten sollen dienen. Zeig mir ein Ziel. Mir ist schon sterbenslangweilig. Ich bin das Schattensbegehr. Ich bin ganz super. Was ist des Schattens Begehr? Mir ist schon sterbenslangweilig. Was ist des Schattens Begehr? Mir ist schon sterbenslangweilig. Ich bin ganz sicher. Die rastlosen Toten wagen. Nun mach schon. Ich bin ganz sicher. Die Toten sollen dienen. Die rastlosen Toten wagen. Was ist des Schattens Begehr? Die Toten sollen dienen. Was ist des Schattens Begehr? Mir ist schon sterbenslangweilig. Zeigt keine Gnade. Was ist des Schattens Begehr? Zeigt keine Gnade. Die rastlosen Toten warten. Die Toten sollen dienen. Die rastlosen Toten warten. Die Toten sollen dienen. Was ist des Schattens Begehr? Mir ist schon sterbenslangweilig. Was ist des Schattens Begehr? Die rastlosen Toten warten. Die Toten sollen... Dieser Kerl, da muss Sulrock sein. Der Trollhäuptling. Wenn es euch gefällt. Was ihr wolle? Die rastlosen Toten warten. Wen wollt ihr töten? Was ist des Schattens Begehr? Was ist des Schattens Begehr? Die Toten sollen dienen. Ihr habt mich zurückgebracht? Zeigt mir ein Ziel. Was ist des Schattens Begehr? Was muss ich tun? Unsere rastlosen Toten warten. Die Toten sollen dienen. Mir ist schon sterbenslangweilig. Die rastlosen Toten warten. Die Toten sollen dienen. Was glotzen so? Ihr habt mich zurückgebracht. Ich schreie die Lebenden zu Tore erschrecken. Ja. Warum wurde ich gerufen? Mir ist schon sterbenslangweilig. Unsere Goldmine ist fast geschöpft. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir müssen unsere Verteidigung verstärken. Ich wünsche nur zu dienen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Euer Wille geschehe. Meine Speer haben mich ganz so troge erschrecken. Ich beuge mich eurem Willen. Es ist gelöst. Die rastlosen Toten warten. Wo soll mein Blut vergossen werden? Warum wurde ich gerufen? Die Toten sollen dienen. Die rastlosen Toten warten. Die Toten sollen dienen. Diese Banditen dürften mir gute Dienste leisten. Suchen wir ihren Anführer und nehmen ihm seinen Willen. Mir ist schon sterbenslangweilig. Was ist des Schattens Begehr? Die Toten sollen dienen. Die rastlosen Toten warten. Was ist des Schattens Begehr? Hallo. Mir ist schon sterbenslangweilig. Es ist so weit. Was ist des Schattens Begehr? Die Toten sollen dienen. Was wir brauchen. Die rastlosen Toten warten. Mir ist schon sterbenslangweilig. Was ist des Schattens Begehr? Die Toten sollen dienen. Mir ist schon sterbenslangweilig. Was ist des Schattens Begehr? Die rastlosen Toten warten. Was ist des Schattens Begehr? Die rastlosen Toten warten. Warum wurde ich zerbenslangweilig? Was ist des Schattens Begehr? Die rastlosen Toten warten. Warum wurde ich zerbenslangweilig? Die rastlosen Toten warten. Warum wurde ich zerbenslangweilig? Was ist des Schattens Begehr? Mir ist schon sterbenslangweilig. Was ist des Schattens Begehr? Mir ist schon sterbenslangweilig. Gib dir Befehl. Es ist so weit. Die rastlosen Toten warten. Fertig. Natürlich. Mir ist schon sterbenslangweilig. Die rastlosen Toten warten. Die Toten sollen... Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mir ist schon sterbenslangweilig. Die rastlosen Toten warten. Was glotzen so? Und was ist des Schattens Begehr? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die rastlosen Toten warten. Die rastlosen Toten warten. Ist gut. Ich gehe. Mir ist schon sterbenslangweilig. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich bürge mich eurem Willen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Toten sollen dienen. Ihr habt mich gerufen? Wenn das euer Wunsch ist... Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Toten sollen dienen. ...wenn es sein muss. ...wenn es sein muss. Wenn es euch gefällt. Mir ist schon sterbenslangweilig. Die rastlosen Toten warten. Was muss ich... ...Krasses des Schattens Begehr? Die rastlosen Toten warten. Die Toten sollen dienen. Hallo. Ihr könnt euch genauso gut auf der Stelle ergeben. Schwachkopf. Ihr werdet mein Sklave. So oder so. Niemals. Es ist so weit. Die rastlosen Toten... Sie beschwören sich ab. ...und ihre Streitkräfte werden angegriffen. Wenn es einfach... Fürstin Sylvanas hat ihr das Sagen. Wir kämpfen für sie, Brüder. Hm. Meine eigene Auftrags-Norderbande. Faszinierend. Die Toten sollen dienen. Soll ich... ...jemanden aufmischen? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Mir ist schon sterbenslangweilig. Sterbt. Ich bin ganz super. Es ist so weit. Es ist an der Zeitrechnung zu begleichen. Fertig. Die rastlosen Toten warten. Was liegt da? Mir ist schon sterbenslangweilig. Die Toten sollen dienen. Mein Leben für Nersul. Was ist des Schattens, BG? Der hat mich verrufen. Was klotzen so? Ich wünsche nur zu dienen. Ja, Meister. Die rastlosen Toten warten. Was muss ich tun? Mir ist schon sterbenslangweilig. Hä? Was klotzen so? Ist gut. Was ist des Schattens, BG? Die Toten sollen dienen. Ist gehörd. Ihr habt mich zu ihm gebracht. Mortierlich. Mir ist schon sterbenslangweilig. Ihr habt mich unterschätzt, Schreppenslock. Jetzt werdet ihr dafür büßen. Die Toten sollen dienen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was muss ich tun? Ich bin ganz offen. Es ist an der Zeitrechnung zu begleiten. Die rastlosen Toten warten. Wer hat mich zurückgebracht? Unsere Goldbieter ist fast erschöpft. Die Toten sollen dienen. Die Toten sollen dienen. Was muss ich tun? Was ist des Schattens, BG? Soll ich jemanden aufmischen? Was liegt gar nicht? Mir ist schon sterbenslangweilig. Die rastlosen Toten warten. Nun mach so. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ihr wolle. Her mit der Penunzer. Wen wollt ihr töten? Soll ich jemanden aufmischen? Ich schau's mir an. Mir ist schon sterbenslangweilig. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ich bin hier. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wer hat mich zurückgebracht? Was ist des Schattens, BG? Ihr wollt Angst? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Warum wurde ich gerufen? Hm? Ich bin ganz super. Was glotzen soll? Hm? Was glotzen soll? Was? Ihr habt mich zurückgebracht. Verastlosen Toten warten. Hörn. Ich möchte meine Schweine hüben, denn zu Todes erschrecken. Die Toten sollen dienen. Mir ist schon sterbenslangweilig. Was muss ich tun? Ihr habt mich gerufen? Irgendwelche letzten Worte, Dämon. Sylvanas, verschont mich. Ich flehe euch an. Ich kann nützlich sein, ich schwöre es. Typisch, Dämon. Ihr würdet eure Brüder verkaufen, um eure eigene Haut zu retten. Ich bin ganz ohr. Ich kenne die Pläne meiner Brüder. Ich weiß, wo ihre Streitkräfte stationiert sind. Lasst mich euch dienen. Dann helfe ich euch, sie zu besiegen. Nun gut, Arimatras. Ihr dürft mir eure Loyalität beweisen. Doch seid gewarnt. Ich nehme euch an die kurze Leine. Ich bin ganz ohr. Vielen Dank.